So, Servus, ich bin Joshua, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Wien und ich bin hier in Eloga, der Animal Sanctuary, seit mittlerweile über einem Monat und ursprünglich wollte ich eigentlich nur zwei Wochen bleiben und dann habe ich gesehen wie viel Arbeit hier ist und wie viel Hilfe die Leute brauchen und mir hat es auch richtig gut gefallen hier, das Essen ist super, alles vegan und die Tiere, es sind richtig viele Tiere hier und man lernt halt wirklich viel über die Tiere, über das Verhalten und alles. Also wenn man mal davon denkt, dass man Wildschweine sieht, Schweine wirklich vor Ort, wie Hunde eigentlich, dass man da wirklich direkt mit denen ist, ist das schon was ganz anderes. Und ja, somit habe ich mich dann entschieden länger zu bleiben, jetzt wären es sicher mal zwei, drei Monate, eventuell sogar noch länger und momentan ist die Lage halt so, dass wir umziehen, also von hier dieser aktuellen Sanctuary in eine andere, dadurch fällt noch wesentlich mehr Arbeit an, wodurch halt noch mehr Leute logischerweise gebraucht werden. Was wiederum heißt, dass es nicht schlecht wäre, wenn der ein oder andere, der vielleicht daran interessiert ist, zu reisen, was Neues zu erleben, was auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln mit anderen Tieren, der generell darin interessiert ist, dass hierher zu kommen, mal für zwei Wochen, das zu probieren und uns zu helfen. Wenn hier Leute sind, die zum Beispiel generell einmal in die Sonne wollen oder nach Spanien, Spanisch lernen oder generell jetzt mehr oder weniger Urlaub machen wollen, aber nicht das Geld dazu haben, wäre das auf jeden Fall eine gute Option, weil man hier doch auch Freizeit hat und auch die Möglichkeit hat, vieles zu sehen, vieles zu machen. Also man ist nicht nur am Arbeiten, das sollte man nicht glauben, aber man kann auf jeden Fall viel helfen und wenn jemand interessiert ist, sollte man das auf jeden Fall machen und nicht Zeit vergehen lassen, überlegen, sondern einfach Flugbuch herkommen und dann wird man schon sehen, wie super das ist. Und wenn das nicht möglich ist oder das Interesse nicht besteht, wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn man zum Beispiel spendet, muss jetzt kein übertrüber Betrag sein, aber ein paar Euro wären schon mal nicht schlecht. Wir haben auch viele Leute, die sozusagen Paten sind von Tieren, also die dann monatlich einen Betrag zahlen und alles hier, also das, was wir konsumieren, das, was die Tiere konsumieren, was die Haltung betrifft, die Medizin, sehr viel Medizin, wird alles von Spendengeldern finanziert. Und somit wäre es wirklich eine große Hilfe, wenn sich da einige dazu, wie soll ich sagen, überwält, dazu interessieren, einmal ein bisschen was dazu beizutragen, wäre wirklich eine große Hilfe. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, hierher zu kommen, das persönlich zu sehen, diese Erfahrung zu machen, also wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und interessant für jeden. Und ja.